Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Prey. Und in der letzten Folge habe ich gucken wollen, wo das Ganze ist. Und hier habe ich es gefunden. Also zumindest eine Bereichskarte und Dateidaten. Das heißt, ich kann gucken, wo der jetzt direkt ist. Ist schon mal nicht schlecht. Und dann muss ich noch gucken, dass ich den Quartierschlüssel finde. Psychotronik, okay. Also muss ich ein, zwei da hoch. Das ist ja Psychonik-Leichenhalle, okay. Ich gehe jetzt erstmal darüber. Psychonik-Leichenhalle ist irgendwo da hinten. Was haben wir hier? Starf Lounge. Also wie gesagt, ich gucke mal eins weiter hoch. Da waren wir schon mal. Glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Das ist, glaube ich, die Hauptstory, ne? Wie der Versuch verwirrt, ne? Ja, tatsächlich. Die Hauptstory. Fehlfunktion? Wieso Fehlfunktion? Achso, das muss repariert werden. Na gut. Reparieren wir ihn. Und Schrott übertragen. Und dann erst mal. Man sagt, der ist nur so laut. Ich weiß gar nicht mehr rum. So. Jetzt gehen wir erstmal in die Psychonik-Leichenhalle. Dafür müssen wir ihn wieder runter. Gab es hier nicht irgendwo einen Aufzug? Hallo? Aufzug? Da war der Aufzug. Den konnte man, glaube ich, nicht benutzen, ne? So ein Schrott. Gut, okay. Gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Exit? Okay. Exit. Gut, dann halt nicht da lang. Ich bin natürlich wieder mal voll orientierungslos, wie immer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, wie immer. Aber das kennt ihr von mir ja schon nicht anders, ne? Gut. Gucken wir mal, dass wir das Ganze hier hinkriegen. Hoffentlich überfällt mich jetzt nicht irgendein Monster oder so. Darauf hätte ich so gar keine Lust. Hi. Das sehe ich ohne Gleichenhalle. Das ist hier. Ich habe aber keine Schlüsselkarte dafür. Ach, ihr seid solche... tollen Menschen. Hier komme ich auch nicht durch. Ach Gott. Aber müsste dann oben nicht eine Schlüsselkarte gewesen sein? Das verwirrt mich noch mehr. Nee, das ist auf der Ebene. Tierabteilung. Hecken eins. Das muss ich doch wieder mit Controller machen. Mit Controller ist es echt einfacher. Seht ihr? Wieder einfach. Jetzt wird mir mein Controller auch noch runter. Und dann habe ich ja Gott sei Dank immer hier. Hallo? Scheiße. Phantom. Mach ich jetzt? Ich würde gerne meine... ...Sachen eigentlich ein bisschen ordnen. Das würde ich eigentlich gerne auf eins haben. Gut. Oh, das ist ja noch an. Du bist noch nicht tot. Ich weiß das. Wo bist du? Okay, ist er doch tot. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall mal eine Schlüsselkarte gefunden. Das ist schon mal sehr nett. Sicherheits-Büro-Schlüsselkarte. Ich glaube, ich verzettel mich gerade. Ah, schön. Ich glaube, ich werde... Ganz ruhig. Alles ist gut. Oh, wo bist du denn? Äh, okay. Ist gerade einfach explodiert. Oh, gut. Auch nicht schlecht. Aber da wollte ich eigentlich erst mal gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Aber ich habe doch... Ach, Laserschrank. Es sind auf jeden Fall noch mehr Mimics. Nee, keine Mimics. Oh ja, internationale Kunst auf der Talos. Ich glaube, das sind alle, hoffe ich. Ja, okay. Dieses geile... Essen. Ganz viel essen. Ein Schlaraffenland hier. Nop, nichts mehr. Nada. Uh, lecker. Gut, was haben wir denn hier? Hallo. Das ist, Dr. Calvino. Was ist das? Ich fühle mich nicht, heute Abend. Ich denke, ich werde nicht in für mein Geist. Okay. Du hast noch mich zu Ende dieses Array? Ich fabrikate eine shit tonne von Glas. Array? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du hast mich zu setzen. Du hast mich zu setzen. Ich habe eine neue Array. Du hast mich nicht verstanden. Okay. Merkwürdiger Typ. Oh, da ist was drin, was da nicht rein soll. Das ganze Essenszeug, was ich gerade aufgesammelt habe, kann man nämlich auch rein. Weil prinzipiell brauche ich den Moment nicht. Und er gibt gute Geistau. Okay. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts, oder? Oh, doch, hier haben wir noch was. Chipsätze. Uh, Chipsätze. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Strahlungsschild. Oh yeah. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Weil dann können wir uns nämlich an diesen Schrank da ranwagen. Wisst ihr noch? Wo wir vor ein paar Folgen waren, wo wir dann ins Weltraum katapultiert worden sind. Das war super. Okay, Neuromods. Ich wollte jetzt Hebekraft eigentlich wählen. Das mache ich jetzt auch, weil... Sonst habe ich dann wieder am Schluss die Arschkarte und... Ja. Gut. Oh! Alter, Mimik, das schreckt mich doch nicht so. Alter, Balder. Ey. Irgendwann kriege ich wegen dem Scheißdinger noch einen Herzenfakt. Kann durchaus passieren. Gut. Das heißt, wir sind hier durch. Human Research. Dafür brauche ich Hebekraft 3. Für so vieles brauche ich Hebekraft 3. Deswegen... Also, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, das aufzulabeln. Äh... Maintenance Exims Only. Ne. Was war's das? Dann haben wir auch keine perfekte Schluckkarte für... Oh Gott. E-T-Security. Bring mir leider auch nicht sehr viel. Da reinkomme ich trotzdem nicht. Das ist echt blöd. Wieso ist hier so zu... Hm. Der hat sich ja einige... Dings... Glaube ich. Ja. Sieht gut aus. ...ins Mädelsklo eingesperrt. Ja, warum nicht, ne? Was haben wir denn hier? Der Weltraumaufzug. Na dann. Gut. Das ist das. Wenn ich da hinterkomme, ist immer so ein... Wo finde ich diese blöde Schlüsselkarte? Naja, gut. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach... ...oben, glaube ich. Da muss ich da durch. Wie gesagt, ich bin mal wieder... ...voll... ...verwirrt, wo ich hin muss. Ja. Richtig verwirrt, wo ich hin muss. Hacking wäre halt auch nicht so schlecht, wenn wir das noch oben hätten. Ich habe nicht mal so viel kugeln. Also muss ich gleich nochmal ganz kurz... Ja, ja, ja. Ich weiß. Gehen wir nochmal kurz in My Office. Ja, ist ja gut. Alter, Mädel. Brauchst nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen. Nur weil ich mal ein bisschen länger renne. Man könnte ja fast meinen, du wärst unsportlich, Mädel. Was ich eigentlich brauche, ist so eine ultimative Zugangskarte. Für alles. Ich gehe schon mal da rüber und mache ein bisschen Muni. Weil es ist immer gut genug, einen Muni da dabei zu haben. Meint ihr nicht ab? Wir haben noch einen neuen von diesen. 139 müsste jetzt erstmal reichen. Hoffe ich doch. 2, 1, 1. Ja, haben wir noch. Medikit für alle Fälle. Ruhrzange brauche ich nicht. Kuhkanister brauche ich eigentlich auch nicht. Ne, habe ich alles. Inventar muss ich mal kurz gehen. Und zwar will ich dich auf der 4 haben. Na, eigentlich will ich dich auf der 3 haben. Aber dich will ich auf der 5 haben. Hier. Gut. Jetzt müsste das alles passen. Ja, perfekt. Ah, verdammt. Gut. Ruhrkanister brauchen wir nicht, wie gesagt. Und ja. Erstmal mit der Pistole, denke ich mal, kommen wir eigentlich recht weit. Äh. Komme ich hier nicht durch die Tür, ey. Achso. Apropos Pistole. Da fällt mir gerade ein. Gegenstände. Pistole. Verbessern. Oh, ich hätte gerne eine erhöhte Reichweite. Äh, nee. Nicht erhöhte Reichweite, Magazinkapazität. Äh, Waffenschmied 1. Okay. Nun gut. Das müssen wir dann halt beim nächsten Mal machen. Was haben wir hier? Psy Hypo. Stell 7. 72 Psi wieder her. Okay. Anzug Reparatur Kit. Hm. Na? Gut. Anzug erstmal wieder repariert. Was haben wir hier? Reinigungsmittel, Gebstoffe, Reparaturen. Okay. Gut. Ich denke mal, das ist erstmal in Ordnung so. Aber die Folge ist auch schon wieder rum. Ich habe nicht viel, sehr viel geschafft. Ich weiß. Es tut mir auch furchtbar leid. Aber manche Folgen sind einfach so. Ich werde jetzt als nächstes dann zu Dr. Kalvinos Werkstatt gehen. Und dann haben wir auf jeden Fall was zu sehen. Auch wenn mich das ein bisschen ärgert, dass ich da unten nicht reinkomme. Aber gut. Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat, ein wunderschönes Jahr. Egal, wann ihr dieses Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.